Wo sind die Mädchen? Legt mich! Falsche Antwort, Amigo. Macht, was ihr wollt! Ich sag kein Wort. Okay. Wo sind die Mädchen? Sie ist im Schuppen. Das große Gebäude auf der Geländerückseite. Du lügst mich doch nicht etwa an. Nein! Por favor! Na gut. Wenn ich sie da nicht finde, komme ich wieder. Hat sich toll angehört. Tja, der Typ war erstaunlich kooperativ. Wir wissen, wo das Mädchen ist. Ein großer Schuppen auf der Rückseite der Basis. Also gut, dann müssen wir dahin. Alpha? Jawohl, Sir. Hat Rios euch seine Schwester schon vorgestellt? Oh Gott, das dem... Nein, das Vergnügen hatten wir noch nicht. Keine Sorge, kommt schon noch. Was willst du damit sagen? Gar nichts, Kumpel. Ist nur Smalltalk. Netzes Mädchen. Hübsch. Lübe auf, Alpha. Wenn's um seine Schwester geht, kein Papa wäre. Keinen Spaß. Klappe jetzt. Die Arbeit wartet. Wir teilen uns auf. Salem und ich überqueren die Mauer und nehmen die Gassen. Ihr geht außenrum. Okay. Wird gemacht. Wird gemacht. Hier sind welche. Verstanden, Alpha. Wir rücken vor und schnappen sie uns von hinten. Wenn das mal keiner falsch versteht. Weiter jetzt. Kommt ne kleine Aufmerksamkeit. Das ist krach. So, sieht das aus. Jetzt ist Feuerabend, ihr Bastard. Rios, wir haben ein Tor gefunden, aber wir kommen nicht durch. Okay. Wir haben auch einen Eingang gefunden. Kommt rüber. Wir treffen uns an dem Schuppen. Jawohl, Sir. Ja, der kommt hin, da ist mir! Verletz, verletz! Ja, ich habe ihn. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Splittergranate kommt! Bravo, weiter jetzt. Rios, wir sind bereit. Gut, wir auch. Die planen da drinnen Hinterhalt. Wir schaffen das schon. Sir, wie wär's mit nem gleichzeitigen Angriff? Wir gehen alle gleichzeitig rein und greifen sie von beiden Seiten ab. Filt gut, macht euch bereit. Auf Alphas Zeichen geht's los. Was ist das? Zur Tür. Wir gehen rein. Bereit? Okay, aber. Jetzt! Fuida des Flasko! Augen auf! Mit Deckung! Welche denn? Du hast dir doch alles unter den Nagel gerissen. Ist das für mein Gelaber für deine Schwester? Bleib einfach unten! Ich guida mal, ich guida los Flankos! Rookies, hör die Tür auf! Verstanden! Sauber! Scheiße! Zieh nach hier! Verdammt! Sie hat sich gewehrt! Scheiße, ich wusste es! Hast du das gehört? Okay, in zwei Minuten stürmt sicher das scheiß Kartell auf uns los. Augenblick! Augenblick! Was ist los, Rios? Was ist los, Rios? Alpha, bring sie dazu rauszukommen. Bravo, Salem, Augen auf! Rios, wir sind mitten auf einer verkackten Kartellbasis. Das Mädchen ist nicht unser scheiß Problem. Du hast 30 Sekunden. Nein, Abmarsch. Ich riskiere doch nicht mein Leben und das dieser Frischlinge für ein Mädchen. Wir hauen ab, nehmen das Geld und gut ist. Der Mann hat recht, Rios. Geh, wenn du willst. Ich nehme sie mit hier raus. Rios, ich bin's. Dein Partner, dein Bruder. Warum ist sie dir so verdammt wichtig? Sie ist unschuldig. Okay, ich bin weg. Und wenn ihr klug seid, kommt ihr mit. Alles wird wieder gut, okay? Alles ist gut. Wir wollen dich retten. Los. Also, neue Mission? Yep, mit dem Mädchen von hier verschwinden. Lebend. Geht weiter. Ich bleib hier. Bam! Oh, Mann. Das war's. Ich hab' nen Truck! Kommt ihr? Taylor, wo steckst du? Die haben mich entdeckt! Wo bleibt die scheiß Verstackung? Los jetzt! Immer mit der Ruhe. Alles ist okay. Granate kommen! Runter! Granate fliegt! Runter! Granate fliegt! Es ist alles okay. Geh einfach weiter. Geh einfach weiter! Gib mir Dämmchen! Kur' damit! Kur' damit! In den Tunnel! Los! Bewegung! Ich hab' Salem's Maskensignal! Er scheint am Ende dieses Tunnels zu sein! Gut! Dann nichts weg hier! Wir sind gleich da! Nur noch ein bisschen! Rios, wo zum Teufel bist du? Rios, wo zum Teufel bist du? Sei lahm! Los! Wir müssen jetzt zu ihm! Ich geh' nicht ohne sie! Wir nehmen sie mit! Jawohl, Sir! Nächster, das Magazin! Ich geb' dir Deckung! Wir müssen los! Wir müssen los! Wir müssen los! Wir müssen los! Hau rein! Weiter so! Ja, ja, mach dir keinen Kopf! Wir müssen los! Wir müssen los! Wir müssen los! Donate kommt! Wir müssen los! Wir müssen los! Gib mir Deckung! Ich muss mein Magazin wechseln! Wir müssen los! Okay! Wechsle das Magazin! Los! 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 Ich werd ne Splittergranate! Wir machen die Grenade! Los! 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 Gebt mir Deckung, ich muss nachladen. Mach hin, lade nach. Yeah, yeah. Salem, bist du noch da, Mann? Rios, komm zurück! Scheiße! Das ist dein Mann, oder? Wir müssen hier raus, verdammt. Ich mach ja schon. Schnapp dir das Mädchen, dann... Du meinst das Mädchen? Was zum Hacker machen wir jetzt? Einer bleibt hier und schützt Rios. Der andere schaltet das MMG aus, damit wir das Gebiet sichern können. Ich schnapp mir das MMG. Du kümmerst dich um Rios. Okay, Mann. Halt die Augen nach dem Mädchen offen. Verstanden. Alpha in Zentrale. Rios ist verwundet. Brauchen Evakuierung. Over. Da ist verdammt viel los, Alpha. Ich schau mal, was ich tun kann. Das ist irgendwo. Oh, ich bin jetzt gut. Hey Mann, hast du das MMG schon gefunden? Ich kann's auf jeden Fall hören. Kannst du's für mich ausschulden? Ich kümmere mich drum. Hab ihn! Gib mir mal Deckung hier! Kommt sofort! Fass den Truckplatz! Bin dran! Bravo, in Deckung! Jetzt ist Schluss, ihr Arschlöcher! Ich schnapp mir den Graf aus, Herr Faust zum Truck! Und zur Hölle bleibt der Heli! Der kommt schon noch. Nur die Ruhe. Schalt die Panzerfaust aus. Los! Heilige Scheiße! So kann meine Panzerfaust auch ausschalten. Gib Rios Deckung. Ich geh rauf aufs Dach zum Heli. Vielleicht ist das Mädchen da oben. Ich will's hoffen. Ich auch. Strufstumpf! Komm mal hin! Oh, 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 oh. Mensch, Alpha, bravo. Hier ist es aber friedlich. Was, du bist jetzt auf dem Klo, oder was? Evakuiere erst das Dach und hol dir dann Rios. Okay. Los jetzt, wir haben es fast geschafft. Holen wir Bravo und Rios. Verstanden. Nimm dir das Scharfschützengewehr und gib ihnen Deckung. Oh, oh, oh. Splittergranate! Weiter so. Da sind noch mehr. Scheiße. Die geben nicht auf, oder? Es fängt an, mich wirklich mitzumachen. Ich und mich auch. Ich nehm die Flacke. Auf geht's, Alpha-Man. Töten wir dich hier weg. Okay. Alles klar. Alles klar. Oh, fuck. Beweg dich! Ich bin so ein, John. Ich muss hoffen ihn. tubig dich! Wir haben nur eine Schauws. Erste Abholung zurück zum Hauptquartier. Over. Du bist in Sicherheit. Salem! Hey, halt still. Er ist nicht hier. Er ist tot. Wir konnten nichts tun. Aber das Mädchen haben wir. Eine gute Tat am Tag. Ja? Und was zum Henker sollen wir jetzt machen? Ein Neuaufbau.